Hallo zusammen, ich bin Römmel von bikebox.ch Ich zeige euch heute den Specialized Dumpjumper. Specialized Dumpjumper ist ein Name, welches die meisten Biker kennen. Es ist das All-Mountain-Bike, welches es seit Jahren gibt bei Specialized. All-Mountain heisst, ich kann gut bergauf fahren, ich habe genug Reserve für bergab. Also die ehrelegende Wolle-Milchsolle, die ich nie falsch bin. Hier haben wir die Ausführung Expert. Expert heisst, ich habe noch Carbon-Rahmen inklusive Hingerball. Warum macht man das? Es geht darum, dass wir möglichst wenig Gewicht haben bei möglichst viel Steifigkeit. Weiter ist das Velo ausgetatet mit einem Fox-Fahrwerk, ein Fox 36er mit 150mm Federweg und ein Fox-Dämpfer, der die 140mm am Heck freigibt. Kombiniert wird das mit Carbon-Felgen, Specialized eigenen Pneu und einem Ram Eagle-Antrieb. Eagle heisst, ich habe zwölf Gänge an der Kassette, Eingang vorne. Bei dieser Variante Qualitätsstufe GX. Weiter habe ich natürlich ein absenkbares Abstützen dran. Und wir haben ein SWAT-Tor. Ich kann den Bidohalter wegnehmen. Dann habe ich unter dem Rahmen ein Fäckchen, wo ich Fliegzeuge, Schlauche oder einen Deckel rein tun kann. Das Tool wird fix montiert, unten am Bidohalter. Das kann ich auf dem Fälle montieren, wenn ich doch mal etwas schrauben muss. Dann habe ich es immer dabei. Wenn ihr das Velo mal live schauen wollt oder geht fahren, wir haben die Testbike getan. Kommt gerne vorbei. Wir freuen uns auf euch. Tschau zusammen.